hallo zusammen ja mein name ist dampfmacher vielen dank fürs einschalten heute in diesem beitrag hier geht es um einen weiteren clearomizer ich glaube den gibt es jetzt schon eine ganze weile aber für mich war es eben ein neues gerät und zwar ist das ein sogenannter double clearomizer das heißt hier sind also zwei clearomizer nebeneinander im gleichen tankgehäuse eingebaut also ich finde das gerät wirklich interessant ich habe es mir mal ein bisschen genauer angeguckt und in diesem beitrag möchte ich euch das gerät einfach mal kurz vorstellen im nächsten abschnitt geht es einfach mal darum hier für die die technische ausstattung und wie man diesen clearomizer befüllt danach gibt einen kleinen dampftest und mein fazit zu diesem double clearomizer von istigara viel spaß dieser double clearomizer von wapo bezogen habe ich ihn über die firma istigara zeichnet sich eben aus wie der name schon sagt und so man sieht hier zwei clearomizer verdampfe einheiten drin also man sieht auch hier das ist ein horizontal liegendes coil also ein sogenanntes button coil so dass das liquid sich hier oben drüber befindet und allein durch die schwerkraft hier an diese glasfaser doch der heran reicht und was das system auch auszeichnet ist dass hier nur geringste mengen an glasfaser verwendet werden also gerade für diejenigen die immer wieder themen haben mit dem geschmack von glasfaser also hier hat man zumindest ein sehr geringes risiko hier unten drunter ist ein normaler 5 10 anschluss was natürlich auffällt dass dieses gerät hier nicht rund ist sondern oval und das ist natürlich ein look den man eben mögen muss oder auch eben nicht also man hat halt hier einfach keine andere wahl wenn man das triptipp hier abnimmt ist natürlich ein spezielles triptipp was nur dafür passt dann sieht man hier diese beiden verdampfe einheiten also da wird ja die luft die hier unten angesogen wird wird zu gleichen teilen in die clearomizer hier gegeben dann das liquid was ich dann hier auf der wendel befindet wird im inneren verdampft und der dampf wird dann hier durch dieses röhrchen hier nach oben gegeben das heißt hier kommt aus jedem einzelnen der dampf der wird dann hier oben in dieser kann man noch mal ein bisschen vernebelt und geht dann hier zentral durch das mundstück daneben und deswegen auch beim befüllen bitte darauf achten also diese löcher hier diese metall löcher metall stifte hier sind die verdampfer also da bitte kein liquid rein füllen und zum einfüllen kann man hier einfach diesen stopfen hier entnehmen und kann dann hier sehr einfach liquid rein dosieren und danach wieder diesen stopfen hier drauf tun und der vorteil ist eben dass man hier auch mit einer relativ großen flasche nachfüllen kann und dem verdampfer liegt auch noch ein zweiter stopfen bei und auch noch ein ego korn den zeige ich dann gleich mal um jetzt mal diesen double clearomizer zu befüllen habe ich hier circa viereinhalb milliliter liquid mal auf eine spritze aufgezogen weil das füllvolumen wird hier angegeben mit circa 4,5 milliliter schauen wir einfach mal ob das stimmt und dann wie gesagt hier in die mitte hinein geben und dann hier entsprechend mit liquid auffüllen ich habe jetzt mittlerweile viereinhalb milliliter liquid hier rein gefüllt und man sieht da wäre sogar noch ein bisschen platz also man könnte sagen da passen wahrscheinlich sogar auch genau fünf milliliter liquid rein und nach dem füllen einfach hier wieder den stopfen aufsetzen und dann das mundstück hier einfach aufstecken ja und somit wäre der verdampfer jetzt hier einsatzbereit man könnte jetzt meinen dass die glasfaser hier verschwunden sind aber es ist so wenn die benetzt wird mit dem liquid dann werden die sehr glasig und durchsichtig und ich würde jetzt empfehlen einfach nur mal zwei drei minuten zu warten bis diese fasern sich hier ganz voll gesogen haben bevor man zum ersten mal mit diesem gerät dampfen tut neben einem ersatz stopfen liegt dem clearomizer auch noch so ein ego korn bei und diesen korn kann man hier einfach zum beispiel auf den twist akku aufschrauben und der deckt dann hier dieses außen ego gewinde ab was in diesem fall nicht so schön aussehen wird weil der verdampfer ja nur über einen 5 10er anschluss verfügt und dann kann man den hier auf schrauben und hat dann eben hier eine abdeckung des gewindes natürlich von der ästhetik her das liegt mal wieder am auge des betrachters aber ich würde auf jeden fall mal sagen außergewöhnlich hier jetzt mal diesen double clearomizer aufgeschraubt auf dem provari v2 und jetzt fällt diese ovale form hier schon gar nicht mehr so sehr auf also vielleicht auch ein ästhetik tipp einfach hier einen großen akkuträger nehmen dann schaut das eigentlich ganz manierlich aus jetzt noch mal gerade eine leistungsmessung die gehen wir an auf ihrer homepage circa 1,8 ohm sozusagen prüfen wir das hier einfach mal nach und da sieht man hier gut er hat 1,8 1,9 ohm also das passt das ist wirklich ja optimal eigentlich um diesen double clearomizer auf sämtlichen akkus und akkuträgern ja in einem anständigen spannungsbereich zu betreiben so jetzt mal zum praxistest ich habe den jetzt hier aufgeschraubt auf einen web pro akkuträger von totally wicked und habe jetzt hier eine leistung eingestellt von elf hat und da schauen wir einfach mal welche dampfleistung das gerät bringt nochmal also eine gute dampfleistung aber jetzt nicht die beste dampfleistung die ich jemals erlebt habe also ich sage mal anständig wenn man allerdings dafür bedenkt dass da zwei clearomizer drin sind hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr erwartet aber es ist okay und vielleicht jetzt auch gleich mal als übergang mein fazit hier zu diesem double clearomizer also ich finde auf jeden fall die idee hervorragend zwei clearomizer reinzusetzen also das sieht man nicht alle tage ich bin mal gespannt wann der erste drauf kommt davon drei stück reinzusetzen was mir auch sehr gut gefällt ist ein richtig großer liquid vorrat fünf milliliter in einem clearomizer und trotzdem noch in einer relativ schlanken form das ist eigentlich schon was besonderes nachteile das mundstück ist einfach ein spezielles mundstück ich kann da also keine klassisches 5 10er oder 701 oder so dran machen sondern ich muss genau das nehmen was dabei ist dann natürlich auch die form dieses ellipsenförmige hier ja das muss man mögen oder auch nicht es passt nicht recht zu den runden akkuträgern es passt nicht recht zu den eckigen akkuträgern also einfach eine spezielle bauform aber auf jeden fall für diejenigen von euch die man ein bisschen auffallen wollen also auf das gerät wird man garantiert angesprochen zumal es sind auch noch in verschiedenen farben gibt von rot und schwarz und so weiter so dass man da auch noch mal ein bisschen auf seine eigenen farbwünsche hier einfluss nehmen kann dampfleistung ist ordentlich nicht übermäßig geschmack ist okay also wie gewohnt eigentlich ein guter geschmack für den clearomizer ich kann mir natürlich vorstellen dass diese beiden wendeln hier nicht absolut gleich immer betrieben werden so dass dann wahrscheinlich irgendwann mal der eine stirbt und dann irgendwann dann auch der zweite sterben wird also so gesehen hat man bestimmt nicht hier die konstanten bedingungen über die ganze gesamte lebensdauer man kann auch hier ja man kann das gerät hier ein bisschen also man kann diese dichtungen hier rausnehmen man könnte theoretisch das gerät reinigen dann könnte wahrscheinlich auch hier diese clearomizer da rausbauen vielleicht auch neu wickeln aber für mich ist das ein einweg gerät und so ist es eigentlich auch konstruiert der preis liegt so circa bei 5 euro 30 so sie sagen muss okay ist noch angemessen aber es gibt natürlich auch für für dieses geld auch schon geräte die bekanntermaßen wirklich eine sehr sehr gute dampfleistung haben die auch wer wechselbare heizwendeln haben also so gesehen preis leistung ist okay aber wie gesagt es gibt auch noch andere sehr gute geräte am markt ich finde es auf jeden fall ein interessantes gerät ein außergewöhnliches gerät und man wird auch relativ häufig darauf angesprochen wenn man es benutzt gut ich habe vielleicht dem einen oder anderen den tipp für oder gegen das gerät geben können falls sie das gerät schon selber im einsatz habt würde ich mich einfach über einen kommentar von euch hier unter meinem video freuen dass ich mal ein bisschen sehe welche langzeiterfahrungen ihr mit diesem gerät gesammelt habt und dann sage ich einfach in diesem fall vielen dank fürs zuschauen und denkt dran wir sind die guten ciao euer dampfmacher zum nächsten mal